Hauswege spült Was ist mit Grazer Paar passiert? Seit Dienstag werden Philipp und Michaela vermisst. Die Frischvermehlten sind im Katastrophengebiet in Griechenland verschollen. Enorme Regenmengen haben Teile Griechenlands in den letzten Tagen vom Urlaubsparadies in eine Schlammwüste verwandelt. Mindestens drei Menschen kamen bereits in den Fluten ums Leben. Zahlreiche werden vermisst, viele Dörfer sind von der Außenwelt abgeschnitten. Besonders schlimm traf es den Strandort Potistica auf der Pilio-Halbinsel, wo die Sorge um ein junges Paar aus Graz wächst. Philipp und Michaela hatten erst vor wenigen Tagen geheiratet und wollten dort ihre Flitterwochen verbringen. Doch ihr Bungalow wurde am Dienstag von der Flut ins Meer gerissen. Seither fehlt von ihnen jede Spur. Als der Fluss hinter dem Haus immer höher stieg, bot ich noch an, sie in Sicherheit zu bringen, so der Besitzer zu, heute. Aber sie wollten bleiben und später selbst auf einem Berg Schutz suchen. Doch dort kamen die Sportbegeisterten mit 30er nie an. Jetzt will die Polizei mit Buten nach ihnen suchen. Ich kann es noch immer kaum fassen. Michaela und ihre Familie verbrachten ihren Urlaub hier, seit sie zwei Jahre alt war, so der Betreiber des Ferienhauses. Ein weiteres Paar aus Österreich sei der Überschwemmung gerade noch entkommen, bevor sein Bungalow erfasst wurde, und warte nun in einem Nachbarort auf die Evakuierung. Das österreichische Honorarkonsulat im nahegelegenen Wollos bestätigte gestern, dass nach zwei Grazern gesucht werde. Sie hatten das letzte Mal am Montag mit ihrer Familie Kontakt. Wir tun unser Bestes, aber die Straßen sind zerstört und die Rettungseinheiten können den Ort nicht erreichen.